Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zu einem etwas unerfreulichen Video. Zumindest für die meisten, denke ich mal. Denn, ihr wisst ja oder ihr habt es mitbekommen, viele von euch haben es geguckt. Ich habe vor zwei Monaten oder so, als das Ganze mit Corona losging, als der Produktionsstopp bekannt wurde von Seiten DCs und Marvels und auch von den anderen Publishern, da habe ich ganze Szenarien durchgespielt. Was könnte denn passieren in der Zukunft? Und jetzt ist das Ganze etwas klarer, zumindest für mich, in Bezug auf die beiden großen Player, DC und Marvel. Denn uns wurde jetzt in Aussicht gestellt, was denn so passiert. Die Produktion an sich ist wieder angelaufen. Ich konnte jetzt Freitag die ersten englischen Comics wieder abholen. DC veröffentlicht eigentlich jetzt wieder ganz normal, so wie sie es sonst auch getan hätten. Marvel lässt es etwas ruhiger angehen in einem zweiwöchentlichen Rhythmus, haut etwas weniger Titel auf den Markt. Zur Zeit, es läuft alles an. Und dann sind die in, ich weiß nicht, einem Monat oder so auch wieder auf Spur. Aber das Ganze soll nicht folgenlos an uns vorbeigehen. Und ich habe schon in vielen sozialen Medien gesehen vor einigen Wochen, ja, hier haben wir doch gesagt, der Print, der stirbt nicht aus und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ja, natürlich nicht, dafür sind Verkaufszahlen wie für eine Batman-Serie und so viel zu groß und bringen viel zu viel ein. Aber kleinere Titel leiden auf jeden Fall drunter. Und das sehen wir jetzt so richtig, besonders auf Seiten von Marvel. Bei DC habe ich noch das Gefühl, das geht alles einigermaßen, aber Marvel schwingt da schon so ein bisschen die Keule. Und bei manchen Titeln frage ich mich auch, warum war das nötig und warum dieser extrem heftige Stinkefinger in Richtung der Sammler und Leser? Da das wirklich nicht wenige Titel sind, habe ich mir hier meine Liste bereitgestellt und habe tatsächlich keinen Bock, die auswendig zu lernen. Am 06.05. kam von Marvel die erste Nachricht, dass Serien auf digital umgestellt werden. Und es ist kein Digital First, also nicht erst, wir bringen euch das digital und im Nachhinein kriegt ihr das noch als Heft irgendwann. Nein, es ist ein Digital Only als Ankündigung. Heißt, es kommt nur digital. Und wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, kommt das in einigen Monaten, wenn diese ganze digitale Sache schon deutlich angelaufen ist, vielleicht mal als Trade Paperback. Aber die Hälfte können wir erstmal knicken, auf jeden Fall, Stand jetzt. Eine Ongoing hatten sie angekündigt am 06.05. Ghost Spider. Ghost Spider ist eine Serie, die hat schwache Verkaufszahlen, da kann ich es irgendwo verstehen. Ich habe sie trotzdem gerne mitgenommen, weil Spider-Gwen ist ein Charakter, der ist noch relativ frisch. Der ist ab und an mal im Hype, ein bisschen trendy. Aber gut, die Verkaufszahlen sprechen für sich und da kann ich da auch nicht viel gegen argumentieren. Das kann man vielleicht nie bei dieser Liste, weil es sind hauptsächlich verkaufsschwache Serien. Aber es sind halt dabei so Dinger wie Miniserien, Ravencroft. Ravencroft, wie viele sind da mittlerweile raus? Drei oder vier? Von fünf oder sechs? Ja, wenn denn ein Heft noch fehlt, was stellst du das auf Digital Only um? Was ist denn das für die Sammler? Die sind dann vielleicht gezwungen, wenn denn das Trade Paperback kommt in einigen Monaten, was man ja noch nicht weiß, dann haben sie die fünf Hefte rumstehen, sind gezwungen, das Paperback zu kaufen, damit sie es überhaupt komplett haben. Ja, geil. Und nur digital will ich das letzte Mal auch nicht lesen. Was soll denn das? Das gab es auch schon immer. Also nicht, dass es jetzt digital ist, dass irgendwas abgebrochen wird. Zum Beispiel in meiner Sammlung ist es Man-Thing, wo sieben oder acht Ausgaben kamen, wunderschön gezeichnet, wunderschön illustriert. Der Silver Surfer wurde angekündigt und das nächste Heft kam einfach nicht mehr. Also aber, wir starten ganz gediegen nur mit einer Ongoing und Ghost Spider war ja auch noch nicht so weit. Alle Serien von Marvel hier waren noch nicht so krass weit, die jetzt auf Digital Only umgestiegen wären. Ant-Man, muss ich zugeben, wusste ich gerade gar nicht, dass überhaupt irgendwas läuft. Avengers of the Wastelands, hätte ich nicht gedacht, dass die Verkaufszahlen dieses Old Man Universe, so nenne ich es, einfach mal so schlecht sind, dass man Avengers of the Wastelands umstellt. Star ist für mich auch ein relativ unbeschriebenes Blatt, recht frischer Charakter, ist auch gerade erst gestartet, vielleicht mit drei oder vier Ausgaben, wird auf Digital Only umgestellt. Das Marvel Gaming Universe scheint für mich in dem Fall gescheitert zu sein, denn Marvel's Spider-Man The Black Cat Strikes wird auch auf Digital Only umgestellt. Und an diesem Punkt will ich auch sagen, ich weiß nicht, für alle Deutschleser hier, ich weiß nicht, wie Panini mit der ganzen Geschichte umgehen wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Veröffentlichen die trotzdem Trades, dürfen die Trades veröffentlichen von Digital Only Sachen, die nicht mal in den Staaten gekommen sind. Weil dann ist das Game Averse, was ja hier überraschend gut angekommen ist, dann ist das hier auch direkt wieder tot. Nach zwei Bänden, nach einem Band, weiß es gar nicht. Hawkeye Freefall, auch der gute Hawkeye, scheint wohl keinen großen Erfolg zu haben und die Miniserie wird ebenfalls, obwohl schon vier oder fünf Hefte rausgekommen sind, gecuttet. Und wie viele hätten wir bekommen? Sechs? Ja, dankeschön. Das kann ich am allerwenigsten nachvollziehen, was am 6.5. verkündet wurde. 2020 Ironheart wird auf Digital Only umgestellt. Das Ironman Event 2020, wo man zig Tie-Ins hat und genau Ironheart soll jetzt auf Digital Only umgestellt werden. Was ist denn mit, nimm's mir nicht übel Kane, aber Machine Man mit Rescue, mit Force Works, sind die alle so krass verkaufsstark, dass man sich jetzt genau Ironheart da rauspicken muss, dass man den auf Digital Only umstellt? Was soll denn das? Lass doch das Event komplett. Verstehe ich nicht. 27.5. ereilte uns dann von Marvel nochmal einen Nachschub. Ah, die Sachen vom 6.5. werden nicht die einzigen Sachen sein, die jetzt irgendwie auf Digital Only umgestellt werden. Und es betrifft auch zwei Ongoing-Serien, die jetzt auch schon, also die eine war bei der 9 oder 10, das ist Walkery, Walküre, die Jane Foster Ongoing-Serie. Finde ich super schade, auch illustrativ richtig geil und hatte halt Sinn gemacht im Kontext der jüngsten Marvel-Historie. Ja, Digital Only und Scream auch. Ausläufe von Absolute Carnage, auch mittlerweile eine Handvoll Ausgaben raus. Auch sehr beliebt tatsächlich, hätte ich gar nicht gedacht, aber das, was ich gehört habe, die Leute waren positiv gestimmt. Die Verkaufszahlen kenne ich jetzt nicht, aber Digital Only, Scream, ist für mich auch sau ärgerlich. Zwei Serien, bei denen ich wirklich dabei war. Ghost Spider war eher so eine Serie, ja, die kannst du mal mitnehmen, da habe ich die 1 mitgenommen, dann halt immer, weil ich die 1 hatte und dann die 2 und die 3, immer mal wieder ein Heft mitgenommen. Das wäre jetzt für mich nicht so krass tragisch gewesen, auch wenn ich es nicht verstehen konnte. Walkery und Scream sind für mich persönlich schon so ein bisschen mehr Abfuck. Und auch diese ganzen Miniserien oben waren jetzt außer 2020 Ironheart nicht so krass schädlich für mich. Und natürlich Ravencroft. Ravencroft mit Kyle Hotska, wann? Jetzt muss ich auf Kyle Hotska verzichten, also bitte. Also ihr merkt, das ist auch so ein bisschen persönliche, ja, Enttäuschung, die ich hier zum Ausdruck bringen will. Revenge of the Cosmic Ghost Rider, Digital Only, waren wir auch schon fast am Ende. Ist eine Trash-Serie, dementsprechend nicht so schlimm, trotzdem verdammt ärgerlich. 2020 Forceworks wurde dann auch noch nachgeschoben. Ja, wir können doch 2020 Ironheart jetzt nicht als einzigen Titel absetzen. Ja, dann mach halt noch einen. Dann nehmen wir halt noch Forceworks, die auch schon 2 von 3 Ausgaben hatten. Ach, was ist denn das für eine Entscheidung? Ich könnte mir vorstellen, einige Titel hätten hier in naher Zukunft noch irgendeine Folgeserie gehabt. Dann sag doch, wir machen die jetzt noch zu Ende. Das eine Heft. Wir haben Serien wie Squirrel Girl, wie Moon Girl und Devil Dinosaur, wie Runaways. Trotz extrem beschissener Verkaufszahlen über 40, 45, 50 Ausgaben lang durchgeschleppt, durchgezogen. Und jetzt schaffen wir es nicht, eine Ausgabe von irgendeiner Miniserie noch durchzuziehen. Das ist traurig und das ist wirklich eine Schande und wirklich ein Schlag in das Gesicht jedes Comicsammlers, der diese Serien hier, der diese Minis teilweise gekauft hat. Weil bei Minis gehst du doch davon aus, ja, da habe ich relativ schnell was Komplettes abgeschlossenes. Nee, hast du in dem Fall nicht. Du wirst es nie abgeschlossen haben im Zweifelsfall. Dann kommt DC. DC, die Ankündigungen sind jetzt immer so peu a peu reingekommen. Der Previous-Katalog von DC ist abgeschafft, finde ich auch sehr schade. Heißt jetzt, DC Connect ist nur noch digital verfügbar. Also jeder, der vielleicht die Previous-Kataloge gesammelt hat, ich fand es einfach nur von der Habtik her ganz nice, die beiden Kataloge, Marvel und DC, durchzugehen und da anzukreuzen und dann meine Liste zu machen. Das geht jetzt nicht mehr so. Von Marvel kam die Ankündigung noch nicht, aber die DC-Ankündigung ist raus. Digital only. Finde ich nicht schlimm. Da macht der digitale Schritt für mich sogar ein bisschen Sinn. Dann kann man seine Liste halt digital machen. Ist ja auch egal. Wo ich allerdings ziemlich heftige Bauchschmerzen bekomme, sind so Titel wie Supergirl. Supergirl wurde schon kurz vor Corona irgendwann angekündigt. Wir machen nur noch vier Ausgaben. Komme ich mit klar. Die Serie hätte somit einen Abschluss gefunden. Man hätte auf diesen Abschluss hinarbeiten können und die Sache rund machen können. Jetzt wurde bekannt, ja, es sind noch zwei Ausgaben offen. Die werden als Digital Only kommen. Gerade Supergirl, die neben Hawkman, eine der beiden Serien, und okay, Batman, Superman, da ist jetzt der Arc aber zu Ende, so krass verbandelt war mit dem Dark Multiverse, was sie jetzt pushen wollten und auch getan haben. Die Story wollt ihr einfach so, puff, abbrechen für Sammler und Leser, die was Physisches in der Hand haben wollen. Finde ich einen unfairen Schritt und nicht geil. Terrifics war auch schon länger klar. Hat mir Mabugus Comiciste damals schon gesagt. Finde ich auch schade. War ebenfalls schon bekannt. Die Serie wird geschlossen. Ja, dann bringen uns doch die letzten zwei Hefte. Manhunters ist komplett gecancelt. Eine Serie, die aus dem Event Leviathan, was seinen Ursprung als Superman von vor einem Jahr schon hatte, wo wir Event Leviathan als Miniserie hatten, Leviathan Checkmate als One-Shot, glaube ich, und dann sollte sich die Manhunters Miniserie anschließen. Wurde jetzt komplett gecancelt. Das finde ich besser. Dann sagt doch direkt, okay, sorry, wir können das nicht bringen. Das, was jetzt angekündigt war und noch nicht gestartet ist, das bekommt ihr leider nicht. Da wäre dann auch eine digitale Form in Ordnung gewesen. Mir egal. Und vielleicht hätte man da auch irgendwann das Trade Paperback bringen können. Aber nicht sowas mittendrin, bitte. Und dann sind noch die ganzen Dollar-Comics und Facsimile-Editions und die Giants, die erst bei Walmart und so kommen, diese 100-Page-Giants, die sind auch erstmal alle gestrichen. Ich weiß nicht, wie es ist bei Marvel mit den True Believers, aber jeder, der irgendwie auf geile alte Covers steht, auf wichtige Key-Issues, die für einen Dollar nochmal aufgelegt werden, dementsprechend günstig in den Comic-Leben sind. Da werdet ihr zumindest bei DC demnächst erstmal entweder nichts oder ziemlich wenige finden, weil hier wurden noch Batman-Titel gestrichen ohne Ende. Und dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, dass wir keine Dollar-Comics in nächster Zeit sehen werden. Also ihr merkt, die Liste ist schon ganz schön dick und auch ganz schön frech, finde ich. Natürlich ist es wirtschaftlich nicht einfach, für auch diese großen Verlage irgendwie, weiß nicht, effizient zu arbeiten. Irgendwie, sie müssen ja auch von irgendwas leben. Aber ganz ehrlich, macht ein Heft von irgendeiner Miniserie den Braten so fett, dass ihr untergehen würdet? Ich glaube das nicht, um ehrlich zu sein. Allein durch Lizenzeinnahmen werdet ihr nicht so schlecht dastehen, DC und Marvel. Und dementsprechend finde ich es wirklich ein Unding. Man muss immer die aktuelle wirtschaftliche Situation besonders in den Staaten berücksichtigen, aber das finde ich schon hart behindert gegenüber jedem Comic-Fan. Ja, nur nochmal als Info vielleicht. DC hat ja auch die Druckerei umgestellt. Man hat vorher in Kanada produziert, jetzt produziert man in den Staaten. Ich habe das jetzt bei meiner neuen Veröffentlichung, die habe ich jetzt schon weggebordet und gebackt, mal ein bisschen beobachtet. Die Produktionsqualität an sich ist meiner Ansicht nach ein bisschen gesunken. Ich hatte schon einige Spine-Einknicke, die auf jeden Fall wieder durch den Versand sind. Ich hatte ja auch erwähnt, in der Zwischenzeit hatte man Nachlieferungen so ein bisschen mit Bubble-Folie versehen. Das hat Diamond jetzt wohl wieder gelassen, also das wird wohl auch ein Diamond-Fehler sein. Aber die Produktion der Hefte an sich, die Cardstock-Varianz, da sind, ja, also man merkt halt, es sind Produktionsfehler und auch so viele Hefte haben so kleine Pickel, das ist so eine picklige Oberfläche, so kleine Bubbles auf dem Cover. Das ist nicht schön und das ist Produktion, die auf jeden Fall in der Druckerei passieren muss. Das ist auch sehr, sehr schade. Und naja, außerdem scheint es keine Cardstock-Varianz mehr für reguläre Ongoings zu geben. Bei DCs haben sie es jetzt noch gemacht, aber ich hatte kein weiteres Cardstock-Variant irgendwie in der Lieferung drin. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das Thema auch erstmal durch ist. Also es ist ein kleines Update-Video, es ist auch ein kleiner Rant. Ich kann es gar nicht verstehen, was da gemacht wird gerade. Ich habe mich darauf eingestellt und es war klar, der Print wird überleben, aber nicht für jede Serie und dass es so ausgeweitet wird und die letzten Infos vor fünf Tagen. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Hätte ich so nicht erwartet und macht mich ganz ehrlich ein bisschen traurig. Das war Comic-In, das war ein kleines Update zur aktuellen Lage und das ist wahrscheinlich genauso traurig wie dieser leere Hintergrund hinter mir, ja. Bis denn, haut rein.